Schnell, unkompliziert und zuverlässig lassen sich Kunststoffteile mit dem WIRT Thermohefter reparieren. Passend zu dem Gerät hat WIRT Stahldrähte in M, U, S und V-Form im Angebot. Damit sich die Stahlklammern in jeder Position optimal am Werkstück anbringen lassen, können Sie diese im 90-, 45- oder 0-Grad-Winkel an der Elektrode anbringen. Je nachdem wie dick das Material ist, das Sie bearbeiten wollen, wählen Sie am Gerät per Drehregler die geeignete Temperatur aus. Wählen Sie dann die Taste an der Elektrode und drücken Sie den Stahldraht in die gewünschte Stelle am Kunststoff. Durch die verschiedenen Klammerformen lassen sich auch schwierig geformte Kunststoffe perfekt heften. Nach dem Heften knipsen Sie den überstehenden Draht einfach ab. Fertig! Der Thermohefter von WIRT – ein unersetzlicher Helfer für schnelle Kunststoffreparaturen.